Was gibt es beim Rechnungsschreiben zu beachten? Welche Angaben müssen auf Rechnungen enthalten sein und wie kannst du den Rechnungsschreibungsprozess für dich vereinfachen? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in der heutigen Folge des Gründergedanken-Podcasts. Viel Spaß! Wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz viel über die E-Rechnung gesprochen und die E-Rechnung ist natürlich auch aktuell ein sehr wichtiges Thema. Und die Frage, die sich aber dann natürlich stellt, was muss man denn generell beim Rechnungsschreiben beachten? Also fernab von diesen neuen Rechnungsformaten, fernab von der Frage, wie kann ich das öffnen? Welche Software brauche ich zum Schreiben? Wie kann ich mir generell dieses Rechnungsschreiben vereinfachen oder beziehungsweise was sollte ich generell auch beachten, um eben auch juristisch, steuerrechtlich alles korrekt zu machen? Das heißt, diese Folge ergänzt in gewisser Weise den Content, den ich schon zur E-Rechnung gemacht habe und erweitert ihn um einige allgemeine Tipps, die ich dir einfach gerne ans Herz legen will. Und wir steigen direkt ein. Der erste Tipp, den ich dir an die Hand geben will, ist, versuche den ganzen Prozess des Rechnungsschreibens ganzheitlich zu sehen. Also aus meiner Sicht ist das ein Prozess, ein Workflow und der besteht ja immer aus mehreren Schritten. Das ist ja nicht nur, dass du jetzt eine Rechnung schreibst, sondern die Rechnung muss ja auch zum Kunden gehen. Beispielsweise versendest du die Rechnung per E-Mail. Der Kunde muss die Rechnung dann aber auch noch bezahlen. Tut er das nicht innerhalb einer Frist, musst du möglicherweise wahr mahnen. Das heißt, dieser Prozess Rechnungsstellung, der besteht ja aus doch drei, vier, fünf einzelnen Schritten. Und ich glaube, der Fehler, den man oder den Fehler, den man vermeiden sollte, ist, dass man sich jetzt beispielsweise eine tolle Lösung überlegt, um eine Rechnung zu schreiben, aber dass man eben die anderen Sachen dann doch nicht optimal denkt. Und was ich zum Beispiel sagen kann, ich nutze ja seit Jahren in eigener Sache LexWare Office. Und die meisten Steuerberater schreiben beispielsweise ihre Rechnungen mit DATEV. Das liegt einfach daran, dass die meisten Steuerberater nach der sogenannten Steuerberatervergütungsverordnung abrechnen. Das heißt, du musst also deine Gebühr erstmal berechnen auf Basis verschiedener Parameter. Und das ist natürlich, wenn du mit DATEV dann Rechnungen schreibst und da auch die Buchhaltung drin ist, relativ einfach, weil dann beispielsweise das Rechnungsschreibungsprogramm direkt auf die Steuererklärung von den Mandanten zugreift und eben dann beispielsweise den Gegenstandswert ermitteln kann. Ich persönlich rechne aber beispielsweise gar nicht mit Steuerberatervergütungsverordnung ab. Ich vereinbare mit jedem meiner Mandanten pauschale Honorare, also Honorarvereinbarung nennt man das. Dann bin ich nicht an die Steuerberatervergütungsverordnung gebunden. Und wir sind viel flexibler in der Frage, wie wir das Honorar ausgestalten, ob wir beispielsweise ein Fixum machen und so weiter und so fort. Und deswegen rechne ich beispielsweise nicht mit DATEV ab, sondern ich rechne selber auch mit Lexware Office ab, weil es eben viel einfacher ist. Und wenn ich eine Rechnung in Lexware Office schreibe, dann habe ich beispielsweise in dem Programm die Möglichkeit, eine E-Mail rauszusenden. Also ich brauche die Rechnung gar nicht runterzuladen und irgendwo zu speichern und manuell eine Mail zu schicken. Ich kann in Lexware Office einfach sagen, per E-Mail senden und dann sendet er das per E-Mail. Ich kann sogar meine eigene E-Mail-Adresse dort hinterlegen. Dann läuft das also nicht über irgendeine Lexoffice oder Lexware Office E-Mail-Adresse, sondern läuft es wirklich über meine E-Mail. Also im Zweifel sieht das der Kunde gar nicht, dass ich das direkt aus dem Programm rausgemacht habe. Ich kann sogar eine E-Mail-Signatur hinterlegen. Du kannst ganz viele tolle Sachen einstellen. Damit habe ich also schon mal die Rechnung in dem Programm geschrieben und ich habe sie per E-Mail gesendet. Wenn ich dann auch hingehe und beispielsweise mein Bankkonto an Lexware Office anknüpfe und das tue ich, dann kann ich eben auch einmal in der Woche meine ganzen Kontotransaktionen aktualisieren. Lexware Office sieht dann automatisch schon, welche Rechnungen bezahlt wurden, weil er guckt dann, er matcht die Beträge auf dem Bankkonto, er matcht den Verwendungszweck, er matcht auch den Absender und erkennt dann schon sehr, sehr gut, welche Banktransaktion gehört zu welcher Rechnung. Mach dir dann sogenannte Zuordnungsvorschläge. Du kannst sagen, das passt und kannst natürlich auch nochmal manuell irgendwas zuordnen. Aber der Punkt ist, ich sehe dadurch dann auch in dem gleichen Programm, in dem ich die Rechnung geschrieben habe, gesendet habe, ich sehe in dem gleichen Programm dann direkt ist die Rechnung auch bezahlt worden. Und wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, sehe ich das eben auch, ey, diese Rechnung ist seit 30 Tagen überfällig. Und dann kann ich auch wieder aus dem Programm sagen, okay, erzeuge mir bitte eine Mahnung und versende mir auch diese Mahnung bitte per E-Mail. Oder ich drucke mir die Mahnung aus und schicke sie per Post. Geht natürlich auch. Aber das alles kannst du mit dem einen Programm abdecken. Und das geht mit Cevdesk und anderen Lösungen, geht das auch genauso. Aber das ist das, was ich dir auch empfehlen würde. Also versuche nicht, ich sage mal, das in so Insellösungen zu denken oder das irgendwie manuell zu machen, sondern schau einfach mal, was gibt es für fertige Lösungen, die diesen ganzen Rechnungsschreibungsprozess vollumfänglich abdecken. Von A bis Z. Nicht nur Rechnungsstellung, sondern auch Rechnungsversand, Abgleich von Zahlungen, gegebenenfalls Mahnwesen. Das vereinfacht dir einfach ungemein das Leben. Und bei LexWare Office und Cevdesk und Co. kommt ja sogar noch dazu, dass du dann auch noch die Datenschnittstelle und den Steuerberaterzugang hast. Das heißt, die ganzen Belege, die du damit erzeugst, liegen dann auch automatisch schon beim Steuerberater und er kann sie direkt weiterverarbeiten. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und das ist auch der Grund, warum ich solche Programme gerne empfehle, weil sie doch vieles vereinfachen. Und wenn man dann sich anschaut, dass die 10, 15, 20 Euro im Monat kosten, denke ich mir, das ist es mir auf jeden Fall wert. Selbst wenn ich nur zwei oder drei Rechnungen im Monat schreibe, wäre mir das das schon wert, dass ich weiß, ich habe eine gute, rechtssichere Lösung, die mir das Leben vereinfacht, das wäre es mir letzten Endes wert. Und je mehr Rechnungen du schreibst, desto mehr lohnt sich das natürlich auch. Aber das wäre mein erster Tipp. Versuch den Prozess ganzheitlich zu denken. Tipp Nummer zwei. Du musst natürlich darauf achten, dass deine Rechnungen sämtliche Pflichtangaben erfüllen. Auch das ist mit einer Software wie LexWare Office und Cevdesk und Co. sehr einfach, weil die Programme schon darauf achten, dass die Rechnungen alle Angaben enthalten. Sonst kannst du die Rechnung gar nicht rausschicken. Also insofern helfen dir solche Tools auch dabei. Aber vielleicht generell, was sind die Pflichtangaben? Die ergeben sich aus §14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz. Also wenn du magst, darfst du gerne deine Suchmaschine aufmachen, §14 USTG eingeben, dann findest du die Webseite gesetze-im-internet.de. Da sind nämlich alle deutschen Gesetze veröffentlicht. Und da mal in den Absatz 4 springen, da hast du eine Auflistung aller Pflichtangaben, die du brauchst. Das sind beispielsweise Name und Anschrift des Leistungsempfängers, also des Kunden, vollständige Rechnungsanschrift, deine Steuernummer oder deine UST-Identifikationsnummer, Rechnungsdatum, fortlaufende Rechnungsnummer, Menge und Art der Produkte, Dienstleistungen, Liefer- und Leistungsdatum, das nach Steuersätzen aufgestützte Entgelt und der anzuwendende Steuersatz plus der Steuerbetrag. Das sind die wesentlichen acht Dinge, die man nach §14 Absatz 4 auf jeden Fall in jeder Rechnung braucht. Vielleicht an der Stelle noch einen Tipp. Ich würde dir empfehlen, das Gesetz sagt, du darfst die Steuernummer oder die UST-Identifikationsnummer angeben. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, wenn möglich, immer die UST-Identifikationsnummer anzugeben und die auch gegenüber der Steuernummer zu bevorzugen. Es liegt einfach daran, dass die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eine feste Nummer ist, die sich nie ändert. Eine Steuernummer kann sich auch schon mal ändern. Wenn im Finanzamt beispielsweise intern die Zuständigkeit ändert, dann bekommst du in der Regel eine neue Steuernummer zugewiesen. Und dann müsstest du immer, wenn du eine neue Steuernummer zugewiesen bekommst, müsstest du eben dann immer dein Briefpapier beispielsweise oder auch deine Einstellungen ändern. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ändert sich aber nicht. Das heißt, das würde ich einfach so machen. Dann hast du auf jeden Fall eine Nummer, die sich nie verändert, macht es auch nochmal ein bisschen leichter. Und wer noch keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat, der sollte die meines Erachtens beantragen beziehungsweise es ist aktuell sowieso geplant aufgrund der sogenannten Wirtschafts-Identifikationsnummern, dass sowieso jeder Selbstständige jetzt im November eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zugeteilt bekommt. Also es kann sein, dass du die nächsten Wochen von alleine eine solche Nummer bekommst. Ansonsten, wenn bis zum Jahresende nichts da ist, würde ich die noch beantragen, falls du nicht ohnehin schon eine hast, weil man diese Nummer meines Erachtens sowieso relativ häufig im Rechtsverkehr braucht. Gerade wenn man beispielsweise Software im Ausland einkauft und solche Dinge, ist es schon relativ wichtig, dass man diese Nummer auch im Checkout-Formular eingibt, damit man da auch nicht irgendwie eine Doppelbesteuerung aufgrund von Reverse-Charge-Verfahren und solchen Dingen hat. Deswegen das einfach meine Empfehlung. Besorgt dir so eine Nummer, nutze die auf dem Rechnungsformular. Die Steuernummer brauchst du dann nicht anzugeben, wenn du eine UST-Idee hast. Es reicht eine der beiden Nummern aus und dann bist du da sicherlich auch für die Zukunft gut aufgestellt. Tipp Nummer drei, passe besonders auf, wenn du besondere Rechnungsarten hast. Was meine ich jetzt mit besonderen Rechnungsarten? Damit meine ich beispielsweise eine Gutschrift. Eine Gutschrift ist eine Rechnung, die der Kunde ausstellt. Normalerweise stellt ja der Leistenunternehmer eine Rechnung aus über die von ihm ausgeführten Leistungen. Bei der Gutschrift ist es umgekehrt. Der Kunde stellt für den leistenden Unternehmer eine Rechnung aus über die vom leistenden Unternehmer erbrachten Leistungen. Abrechnungsverfahren per Gutschrift. Das kann man machen. Man muss bei der Gutschrift aber sehr gut aufpassen, weil die Gutschrift wird dir als leistendem Unternehmer zugerechnet. Also wenn dein Kunde für dich eine Gutschrift schreibt und dort beispielsweise ein Fehler drauf wäre, ein falscher Steuersatz oder was auch immer, dann wird dir dieser Fehler zugerechnet, sofern du dieser Gutschrift nicht innerhalb einer bestimmten Frist widersprichst. Das heißt, du musst, wenn du eine Gutschrift vom Kunden bekommst, genauso prüfen ist die Gutschrift in ordnungsgemäß, weil ansonsten könntest du ein Problem bekommen, wenn dort eben beispielsweise ein falscher Steuersatz, eine falsche Leistung, was auch immer, abgerechnet wird. Also bei Gutschrift ist besondere Vorsicht geboten. Genauso aber auch, wenn du eine Gutschrift für deinen Lieferanten ausstellst. Also wenn du derjenige bist, der die Gutschrift erstellt für deinen Lieferanten, musst du natürlich genauso aufpassen. Andere besondere Rechnungsart wäre die Anzahlungs- oder wären Anzahlungs- und Schlussrechnungen. Auch da kann man einiges falsch machen. Es sollte zum Beispiel so sein, wenn du eine Anzahlungsrechnung schreibst, dann sollte die auch als Anzahlungsrechnung bezeichnet sein, weil eine Anzahlungsrechnung bedeutet, die Leistung ist eben noch nicht erbracht. Rein rechtlich ist es so, dass eigentlich Umsatzsteuer erst in dem Moment anfällt, in dem die Leistung ausgeführt wurde. Bei einer Anzahlung ist das aber nicht so. Da fällt die Umsatzsteuer schon dann an, wenn die Anzahlungsrechnung bezahlt wurde, wenn die Anzahlungsrechnung geleistet wurde. Deswegen solltest du aber auch eine Anzahlungsrechnung auch als Anzahlungsrechnung bezeichnen. Und wenn du dann irgendwann eine Schlussabrechnung stellst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf der Schlussabrechnung alles nochmal aufgeschlüsselt hast. Also beispielsweise Dienstleistung, 1000 Euro netto plus 19 Prozent, 190 Euro Umsatzsteuer gleich brutto, 1190. Das wäre jetzt der vereinbarte Gesamtbetrag. Und dann musst du von diesen 1190 Euro die Anzahlungsrechnung offen absetzen. Also du musst dann die Anzahlungsrechnungen abziehen, damit du am Ende den offenen Betrag bekommst. Und was bei diesem offenen Absetzen von Anzahlungsrechnungen ganz wichtig ist, ist, dass dort die Umsatzsteuer auch nochmal gesondert ausgewiesen wird. Also ich mache ein Beispiel, 1000 Euro netto ist das, was wir vereinbart haben. Und jetzt haben wir für diese Dienstleistung oder für dieses Produkt aber schon mal 595 Euro brutto abgerechnet als Anzahlung. Also das Projekt beginnt, wir schicken eine Anzahlungsrechnung, da stehen 500 Euro netto drauf, plus 95 Euro Umsatzsteuer gleich 595 Euro Umsatzsteuer. Und da steht drauf Anzahlungsrechnung. Und die hat der Kunde jetzt auch bezahlt. Dann würden wir in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde bezahlt, diese Umsatzsteuer in Höhe von 95 Euro schon abführen. So weit, so gut. Jetzt müssten wir dann aber, wenn wir die Schlussrechnung schreiben, dort draufschreiben, Dienstleistung XY, 1000 Euro netto plus 19% Umsatzsteuer gleich 1190 Euro brutto. Abzüglich erhaltene Anzahlung. Und da ist jetzt wichtig, dass dort steht 500 Euro netto plus 95 Euro Ust. Also dass man quasi nicht 595 in einer Zahl dort reinschreibt, sondern dass man die Anzahlung auch noch mal in das Entgelt, in den Nettobetrag und die Umsatzsteuer aufschlüsselt. Dass dort steht 1000 Euro netto plus 190 Umsatzsteuer. Und davon abgezogen werden die 500 Euro netto und die 95 Euro Umsatzsteuer aus der Anzahlung. Macht also einen offenen Restbetrag von 500 Euro plus 95 Euro Ust. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man genau das so aufschlüsselt. Und ansonsten kann es passieren, dass man doppelt Umsatzsteuer zahlen muss, wenn man eben diesen Umsatzsteuerausweis nicht richtig macht. Und auch da ist es wieder so, wenn du eine Software wie Cevdesk oder Lexware Office nutzt, die können das schon genau so machen. Also da kannst du ganz explizite Anzahlungsrechnungen anlegen und kannst dann eben auch eine Schlussrechnung erzeugen. Da wird das mit dieser offenen Absetzung automatisch passend generiert. Also deswegen würde ich dir solche Tools auch empfehlen, weil es eben sehr einfach ist. Aber wenn du es manuell machst oder mit einem anderen Tool, dann achte bitte darauf, dass du bei der Schlussabrechnung die Umsatzsteuer, die in den Anzahlungsrechnungen drin steckt, offen nochmal unten ausweist, dass also die Umsatzsteuer der Anzahlung offen von der Umsatzsteuer der Schlussrechnung abgezogen wird, damit man das einfach sieht, wie ist die umsatzsteuerliche Entwicklung. Sonst könnte das ein Problem geben. Und dann gibt es natürlich noch besondere Rechnungen im internationalen Kontext, beispielsweise innergemeinschaftliche Lieferungen, wo du eben keine Umsatzsteuer ausweisen darfst oder Leistungen, die unter das Reverse Charger fallen, bei denen also der Leistungsempfänger, der Kunde die Umsatzsteuer abführt. Auch das muss natürlich ohne Umsatzsteuer geschrieben werden. Auch da muss beispielsweise ein Hinweis drauf, dass diese Rechnung aufgrund des Reverse Charger-Verfahrens keine Umsatzsteuer enthält. Oder beispielsweise, wenn du ein Versandhändler bist, der jetzt unter das One-Stop-Shop-Verfahren fällt, da ist es ja auch so, dass du dann die Umsatzsteuer des Ziellandes automatisch ausweisen musst. Das heißt, da musst du auch erst mal gucken, Moment, wo fällt jetzt hier eigentlich welche Umsatzsteuer an? Welcher Steuersatz gilt jetzt hier für das Produkt? Und wie kann ich das Ganze jetzt beispielsweise über das One-Stop-Shop-Verfahren dem Bundeszentralamt für Steuern erklären? Also generell, ganz allgemein, die Pflichtangaben kennen. Und wenn du unter eine dieser Kategorien fällst, du stellst Gutschriften aus oder bekommst Gutschriften, du hast mit Anzahlungsrechnungen, Schlussrechnungen oder auch mit internationalem Kontext zu tun, da gibt es einfach nochmal einige ergänzende Spielregeln, die zu diesen ganz allgemeinen Pflichtangaben dazukommen, die du auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und beachten solltest, damit du eben richtige Rechnungen dann ausstellst. Dann Tipp Nummer 4, ich würde dir empfehlen, die Rechnung im Monat der Leistungsausführung zu schreiben. Was meine ich damit? Nehmen wir mal an, ich führe am 28. Oktober ein Seminar aus. Also ich erbringe eine Dienstleistung, 28. Oktober, ein Kunde von mir möchte ein Webinar zur E-Rechnung beispielsweise veranstalten und ich mache das jetzt, 28. Oktober. Und jetzt schreibe ich aber die Rechnung erst am 5. November, weil ich bin vielleicht zwischendurch nicht dazu gekommen. Dann haben wir jetzt ein ganz großes Problem, nämlich das erste Problem, dass unser Kunde den Vorsteuerabzug auch erst im November gelten machen kann, weil wenn die Rechnung erst am 5. November geschrieben wurde, dann ist sie auch nicht vor dem 5. November beim Kunden eingegangen und das Datum, an dem die Rechnung beim Kunden eingeht, ist für unseren Kunden für den Vorsteuerabzug maßgebend. Das heißt, mein Kunde, obwohl die Leistung eigentlich im 28. Oktober schon war, kann die Vorsteuer erst im November abziehen. Ist für ihn blöd. Für mich ist das aber gleichzeitig auch blöd, weil das Umsatzsteuergesetz sagt, dass du bei der Sollversteuerung, das ist das, was die meisten Unternehmer haben, dass du bei der Sollversteuerung die Umsatzsteuer schon dann abführen musst, wenn die Leistung ausgeführt wurde. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgebe und die Leistung wurde ja im Oktober schon erbracht, am 28. Oktober war das Webinar, dann müsste ich diesen Umsatz de facto schon im Oktober buchen. Ich muss den im Oktober schon erfassen, damit ich im richtigen Monat die Umsatzsteuer abführe. Ansonsten wäre das ja nicht möglich. Wenn ich aber natürlich die Rechnung erst am 5. November schreibe, Rechnungsdatum 5. November, dann wird das nicht in der Oktoberbuchhaltung mit drin sein. Also zahle ich faktisch die Umsatzsteuer zu spät. Das ist eigentlich schon eine Steuerverkürzung. Das ist nicht unbedingt eine Steuerhinterziehung. So dramatisch wäre es wahrscheinlich nicht. Aber ich zahle jedenfalls die Steuer zu spät. Und das ist vom Gesetz so nicht vorgesehen. Und hinzugehen und eine Rechnung, die ich am 5. November geschrieben habe, schon in die Oktoberbuchhaltung mit reinzunehmen, nur weil das Leistungsdatum am 28. Oktober war, das ist praktisch kaum, also ist einfach nicht praktikabel. Macht in der Praxis kaum jemand. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, wäre einfach, schaue, dass du am Ende des Monats immer die Rechnungen für diesen Monat geschrieben hast. Also setz dich spätestens am 30. oder 31. hin und schreibe mit dem Rechnungsdatum von diesem Tag alle Rechnungen für die Leistungen, die du in diesem Monat ausgeführt hast. Damit umgehst du dieses Problem faktisch, weil du damit dann einfach das Rechnungsdatum im alten Monat hast. Das heißt, das wird dann gebucht in deiner Buchhaltung. Du hast auf jeden Fall die Steuer nach den Grundsätzen der Sollversteuerung richtig abgeführt und dein Kunde kann sich auch die Vorsteuer in dem Monat noch ziehen und alle sind glücklich. Und du wirst natürlich auch schneller bezahlt. Aber deswegen würde ich dir immer empfehlen, setz dich spätestens am Monatsende hin und schreib alle Rechnungen, die an dem Monat angefallen sind. Ich mache das auch schon mal so. Ich habe viele Kunden, die buchen bei mir mehrere Webinare oder eine Webinar-Reihe und da gehe ich auch nicht immer hin und schreibe für jedes Webinar eine Rechnung, weil ich vielleicht in dem Monat zehn Webinare für den Kunden auf einmal mache. Aber ich setze mich dann immer am 30. oder 31. hin und schreibe dann eben eine Sammelrechnung über all diese zehn Webinare, die in genau dem Monat stattgefunden haben, damit ich eben eine saubere und ordentliche Abgrenzung der einzelnen Monate mache oder habe. Und das mache ich auch, wenn die Webinar-Reihe noch nicht rum ist. Das mache ich dann, damit ich wirklich alles, was schon ausgeführt wurde, diesen Monat drin ist. Und dann hat der Kunde vielleicht auch mehrere Rechnungen für eine Webinar-Reihe, aber die sind dann eben perfekt sauber monatlich abgegrenzt. Und das hat für mich einen Nutzen, nämlich, dass ich die Umsatzsteuer richtig abführe und für den Kunden auch, nämlich, dass er den Vorsteuerabzug bekommt. Das einfach nur als vierter Tipp. Ja, dann noch Tipp Nummer fünf. Speichere die Rechnungen GOBD-konform. Also du solltest auf jeden Fall irgendwie die Möglichkeit haben, dass du nachweisen kannst, dem Finanzamt, wie sah die Datei aus, als du sie erstellt hast. Gab es irgendwelche Änderungen oder eben auch nicht. Und auch das lässt sich mit solchen Programmen wie Lakesware Office und SafeDesk sehr gut umsetzen. Die speichern das und du kannst dann danach die Rechnung nur noch stornieren. Du kannst sie nicht mehr löschen, du kannst sie stornieren und du kannst sie dann ändern. Das geht. Aber da ist eben die Stornierung und die Änderung dann auch dokumentiert. Das heißt, es ist nachvollziehbar, was passiert ist. Und je nachdem, welches Rechnungsschreibungsprogramm du nutzt, klappt das eben nicht. Ich habe zum Beispiel ein Rechnungsschreibungsprogramm heute für den Mac noch ausprobiert, weil ich die Hoffnung hatte, dass man damit vielleicht eine einfache, kostengünstige Lösung hätte, um auf dem Mac auch E-Rechnungen zu schreiben, ohne dass man ein Abo hat. Und das Programm konnte eine E-Rechnung schreiben. Das war auch ein gutes Programm, einfach in der Bedienung. Aber das Problem war, es war überhaupt nicht revisionssicher. Also ich konnte die Rechnung nehmen, konnte sogar dem Programm sagen, die Rechnung wurde versendet. Es gab also so einen Status, den man dort einstellen konnte. Und trotzdem konnte ich bei der versendeten Rechnung reinklicken und noch irgendwelche Zahlen ändern. Und das funktioniert halt nicht. Also versuche, die Rechnung möglichst GOBD-konform, revisionssicher zu archivieren, im Sinne von, alles, was du an der Rechnung nachträglich veränderst, nachdem sie zum Kunden rausgegangen ist, muss zwingend irgendwie nachvollziehbar sein. Beispielsweise durch ein Rechnungsstorno oder wie auch immer, durch eine Versionierung Rechnungsstorno. Aber das solltest du auf jeden Fall auch beachten. Ja, und Tipp Nummer 6, der bezieht sich jetzt nicht direkt auf die Rechnung, sondern eher auf die Frage der Zahlung. Du solltest es natürlich dem Kunden auch möglichst einfach machen, die Rechnung zu bezahlen. Das heißt, du solltest, wenn möglich, eine sehr einfache Zahlungsmethode zur Verfügung stellen. Und was man da macht, ist natürlich ein bisschen die Frage, was eigentlich dein Geschäftsmodell und so weiter ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt wirklich eine Rechnung an einen Kunden von mir schicke, sei es ein Mandant, sei es ein Seminaranbieter oder wer auch immer, dann ist es bei mir schon so, ich habe einfach eine Bankverbindung auf der Rechnung stehen und dann überweist der Kunde das. Und wenn das irgendwas ist, was über ein Abo läuft, dann richtet der Kunde sich einen Dauerauftrag ein. Oder ich mache ein SEPA-Lastschriftmandat. Auch das kann ich machen. Dann kann ich das mit Hilfe meiner Bank dann eben auch einziehen. Aber es kann je nachdem auch Sinn machen, dass du beispielsweise andere Tools nutzt, wie zum Beispiel Stripe. Ich bin an einem Unternehmen beteiligt, Novist heißt dieses Unternehmen und wir machen eben auch Steuerseminare für Kanzleien. Und das Ganze läuft über ein Abo-Modell. Und da nutzen wir zum Beispiel Stripe Billing und Stripe Payments. Das heißt, der Kunde kann direkt auf unserer Webseite, beziehungsweise nach einem Demo-Call, den wir mit ihm vereinbaren, bekommt er von uns einen Link und kann über den Link dann direkt seine ganzen Zahlungsdaten eingeben und kann dann quasi dieses Abo kaufen. Und Stripe geht hin, erzeugt automatisch eine Rechnung mit dem passenden Zeitraum und zieht dann auch automatisch das Geld ein. Und über Stripe Payments haben wir dann auch die Möglichkeit, dem Kunden beispielsweise verschiedene Zahlungsmethoden wie PayPal, Kreditkarte, SEPA-Lastschrift, alles Mögliche anzubieten. Das heißt, das ist für den Kunden einfach sehr, sehr einfach. Der kann einfach über den Link seine Daten eingeben, er bekommt automatisiert eine Rechnung, automatisiert wird das Geld abgebucht und das läuft dann auch so lange weiter, bis der Kunde das Abo kündigt. Und das kann er aber auch über ein eigenes Kundencenter machen, was ebenfalls von Stripe zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, er kann also auch eigenständig, ohne dass er eine Mail schreiben muss, auf einen Link klicken und kann beispielsweise sein Abo kündigen, wenn er sagt, ich brauche das nicht mehr. Und da gibt es zum Beispiel dann auch von Pathway Solutions eine Erweiterung, die uns dieses Stripe-Daten aufbereiten und in fertige Dativ-Buchungssätze überspielen kann. Das heißt, ich als Steuerberater, wenn ich die Buchhaltung dieser Novist GmbH mache, habe auch sehr wenig Arbeit, weil ich das quasi auch weitestgehend automatisiert sogar verbuchen kann. Das heißt, das ist für alle Beteiligten ein Riesenvorteil. Der Kunde hat es sehr, sehr einfach, die Rechnung zu bezahlen. Er bekommt die Rechnung vollkommen automatisiert erzeugt und ich kann die Rechnung auch automatisiert buchen. Und das ist ab einem gewissen Volumen, was wir darüber generieren. Wir haben halt viele Einzelabos und das sind viele kleinere Beträge. Also es ist eben viel Volumen, aber meistens nicht sehr teuer. Und gerade für solche Lösungen geht das auch gar nicht mehr anders, als dass du wirklich diese Sachen so weit automatisierst, wie es eben geht. Den ganzen Zahlungseinzug, die ganze Rechnungsstellung. Gibt es wirklich tolle Lösungen. Es gibt natürlich auch noch Dinge wie beispielsweise CopeCard oder Digistore24. Das nutzen viele Coaches beispielsweise oder viele Leute, die eben digitale Produkte verkaufen, auch ganz gerne aus. Da ist es nochmal ein bisschen anders. Da gibt es so ein Reseller-Modell, das heißt CopeCard oder Digistore24. Die verkaufen eigentlich in ihrem Namen an deinen Kunden und du bist sozusagen ein Subunternehmer von denen. Und das bietet den Vorteil, dass die sich um die ganze Zahlungsabwicklung, um die ganze steuerliche Thematik kümmern. Also auch wenn du ins Ausland verkaufen willst, das ist deren Problem, weil sie quasi in eigenem Namen verkaufen. Und du bekommst einmal im Monat eine Gutschrift plus bekommst in einem bestimmten Tonus dann eben auch eine Auszahlung dieses Geldes. Das heißt für dich als Creator ist das auch sehr einfach. Also ich habe tatsächlich gefühlt alles durchgespielt. Ich habe bei der Novist GmbH, wie gesagt, Stripe im Einsatz, weil das dort die beste Lösung ist mit Stripe Billing und Stripe Payments. Ich habe in meinem Online-Kursgeschäft CopeCard im Einsatz, also dieses Reseller-Modell, bei dem ich wirklich nur einmal im Monat eine Rechnung bekomme, eine Gutschrift von CopeCard, wo alle Erlöse aus den Verkäufen draufstehen mit einer regelmäßigen Zahlung in einem festen Tonus. Das ist also theoretisch noch einfacher. Und dann habe ich aber auch für die Dienstleistungen, die ich selber erbringe, noch mein LexOffice-System, wo ich eben manuell eine Rechnung schreibe, die dann auch manuell vom Kunden bezahlt wird. Aber deswegen kann ich das alles beurteilen. Es kommt ein bisschen von deinem Geschäftsmodell oder hängt ein bisschen von deinem Geschäftsmodell ab, was du nutzt. Aber da würde ich mir auch nochmal Gedanken machen, wie können wir denn dafür sorgen, dass die Zahlung so einfach wie möglich ist, dass die Rechnungen, die wir da haben, auch möglichst einfach bezahlt werden. Das heißt, ich fasse es nochmal zusammen. Tipp 1, denk den Workflow ganzheitlich. Also überlege, ob du nicht dir eine professionelle Softwarelösung dafür anschaffst für ein paar Euro im Monat, die eben nicht nur die Rechnungsstellung, sondern auch den Versand per E-Mail, den Zahlungsabgleich, das Mahnwesen beinhaltet. Tipp Nummer 2, kenne die Pflichtangaben. Damit den besonderen Tipp, dass du eben die UST-Idee anstelle der Steuernummer nehmen solltest, weil die sich nicht verändert. Tipp Nummer 3, Vorsicht bei besonderen Rechnungsarten. Gutschrift, Anzahlungsrechnung, Schlussrechnung oder auch Rechnungen im internationalen Kontext. Da gibt es meistens zusätzliche Dinge, die du beachten musst und die du einfach wissen solltest. Tipp Nummer 4, schreib die Rechnungen bitte im Monat der Leistungsausführung. Dann hast du keine Probleme bei der Abgrenzung, in welche Voranmeldung muss jetzt was rein und dein Kunde hat auch den Vorsteuerabzug in dem Monat, in dem es auch eigentlich sinnvoll erscheint. Tipp Nummer 5, versuche die Rechnungen GOBD-konform zu speichern, zu archivieren. Also nutze beispielsweise Funktionen wie das Festschreiben, wie das Storno, also nicht einfach Rechnungen löschen, sondern lieber stornieren und dann eine neue Rechnung erzeugen, damit man eben genau nachvollziehen kann, was es mit der Rechnung passiert. Und Tipp Nummer 6, versuche die Zahlung so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, denke je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist, sogar darüber nach, beispielsweise Stripe als Zahlungsanbieter und gleichzeitig als Rechnungsstellungstool zu nutzen oder beispielsweise mit CopeCard Digistore zu arbeiten, je nachdem, was eben dein Geschäftsmodell ist. Aber versuche eben, es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, deine Rechnung dann auch zu bezahlen, damit du auch nicht in irgendwelche Liquiditätsengpässe und dergleichen kommst. Das waren meine 6 Tipps. Was sind deine Fragen dazu? Schreib gerne in die Kommentare, auch wenn du Feedback hast, auch wenn du Anmerkungen hast, Anregungen hast. Immer gerne in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video oder die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer über ein Like und ein Abo. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn wir uns nächste Woche bei Gründergedanken in diesem Podcast mit einem neuen Thema wiedersehen. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann. Dein Steuerberater Ken Kajper. Dein Steuerberater Ken Kajper.